Vielen Dank. 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 Danke für die ausführlichen Ausführungen. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Danke. Mülleimer sind schon eine Sache, am liebsten eigentlich solche wie von der Bahn, die getrennten, die mag ich sehr. Das ist jetzt auch nicht so ein großer Aufwand bei uns. Und es wäre auch wichtig für den Umweltschutz. Wolfgang, du hattest die Verpackungssteuer angesprochen. Sehr, sehr schöner grüner Antrag. Ich muss sagen, ich bin in einer der Klima-Innes gewesen, die den offenen Brief geschrieben hatten, der sehr ähnlich war dazu. Also diese konkreten Sachen, es gibt ja immer dann wieder neue Ideen, was machen andere Städte, was können wir uns ein bisschen abgucken. Das ist ganz wichtig, dass auch wenn mal was nicht durchgeht, wir halt eben im Stadtrat dann nicht aufgeben. Ja, und wegen der Sache mit, man muss ja groß denken, wir machen zu viel Müll. Was ein Riesenproblem ist, ist auch Elektromüll oder halt gerade so alles Richtung Gummi, wenn wir so an kaputte Fahrräder und sowas denken. Da haben wir jetzt konkret bei uns im Piratenprogramm zum Beispiel, dass wir Reparaturwerkstätten unterstützen wollen. Oder eben auch Hack- und Make-Spaces, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, sich selber mit ihren Sachen auseinanderzusetzen, die vielleicht gerade kaputt sind und sich gegenseitig auch dabei helfen können, diese eben wieder zu reparieren. Also ich bin bei uns viel im C3D2 hier im Hack-Space in Dresden und genau solche Orte brauche es, um eben auch die Sachen, die vielleicht schon ein bisschen kaputt sind, wieder ganz zu machen. Dankeschön und Margot. Ich überspringe die soziale Dimension, obwohl ich es extrem interessant gefunden hätte, was ihr zu Geschlechtergerechtigkeit sagt, aber ein anderes Thema, was mir auch noch im Thema Nachhaltigkeit auf dem Herzen brennt, ist Thema nachhaltiger Konsum aus der ökonomischen Dimension, SDG 12. Dresden ist ja Fairtrade Town, das ist erstmal nur ein Label vor allem, das hat nicht viel zu bedeuten. Es gibt eine Steuerungsgruppe, die nachhaltige Beschaffung, das bedeutet den Einkauf, den die Landeshauptstadt selber beeinflussen kann, voranzutreiben. Also zur Erklärung, es geht zum Beispiel um die Dinge, die eingekauft werden, wie Kaffee oder auch die Arbeitskleidung, der Stadtreinigung oder auch der DVB, also der nachgeordneten Institutionen oder der Tochtergesellschaften. Deswegen die Frage und vielleicht schafft es ja noch kürzer als sonst, dass wir auch früher fürs Publikum öffnen können, aber wenn nicht, dann habt ihr auch die anderthalb Minuten und vielleicht schafft ihr es. Für welche konkreten Maßnahmen würdet ihr euch einsetzen, um die Beschaffung in Dresden, also sozusagen den Einkauf der Stadtverwaltung nachhaltiger zu gestalten in Dresden und sicherzustellen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt werden, anstatt nur der Preis. Dabei geht es auch darum, dass zum Beispiel Güter eingekauft werden, die faire Arbeitsstandards in den Herkunftsländern garantieren und auch Kinderarbeit ausschließen. Muss ich kurz mal klatschen, ich kann mich absolut nur anschließen, das verbietet der Stadt ja niemand. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, es ist ein Klischee, die Piratin redet schon wieder von Digitalisierung, aber was ich jetzt auch in der Arbeit jetzt in den vergangenen Jahren, also ich war Teilzeitangestellte bei den Dissidenten, so gesehen habe, wie unsere Stadtverwaltung arbeitet. Es werden PDFs, die du hinschickst, ausgedruckt, sie werden dann unterschrieben oder sonst was, sie werden wieder eingescannt und am Ende nochmal ausgedruckt. Also das, ja, genau, das ist eben das Gegenteil von Digitalisierung und was da allein für ein Müll entsteht, es ist unglaublich. Also da wäre auf alle Fälle was noch bei der Beschaffung einzusparen, nämlich wenn wir ein paar Sachen mehr digital hätten und sonst alles, was Margot gesagt hat. Dankeschön. Ich würde mal zu den Faktencheckerinnen schauen, gibt es etwas, was wir präsentieren können oder braucht ihr noch ein bisschen Zeit und dann eröffne ich erstmal fürs Publikum und ihr bringt es dann in der Mitte ein, da bräuchte ich ganz kurz einen Input von hinten oder der Seite, je nachdem, von wo, Theo, wunderbar, von Dresden Zero, der super mit vorbereitet hat, großer Applaus nochmal für Theo. Ich habe gar nicht viel zu sagen, sondern nur, dass die Faktenchecker noch ein bisschen Zeit brauchen und deswegen würden wir vielleicht erstmal mit den Publikumsfragen anfangen und genau. Großartig, genau. Also ihr habt ja schon tatsächlich viele Sachen gehört, ich habe schon zwei Meldungen tatsächlich gesehen. Ihr könnt zu den, ich würde nur kurz die Regeln erklären, ihr könnt zu den Fragen, die bereits gestellt wurden, nochmal Fragen stellen, also irgendwo nochmal nachhaken bei bestimmten Kandidierenden. Ihr könnt die Frage einfach so in die Runde geben, das würde ich euch tatsächlich offen lassen. Ihr habt auch die Möglichkeit, aufeinander Positionen zu beziehen, vielleicht eine Person, die angesprochen ist, plus zwei, drei weitere Wortmeldungen dazu und auch gerne wieder kurz halten. Ja, da wahrscheinlich alle RadfahrerInnen jetzt bei der Sternfahrt sind, frage ich mal hier stellvertretende RadfahrerInnen-Frage. An welchen Stellen könntet ihr euch denn vorstellen, dem Auto weniger Platz und dafür, also ganz konkret jetzt in Dresden, und dem Rad mehr Platz einzuräumen und wo vielleicht sogar autofreie Zonen einzurichten? Der Griff versichert zum Mikro, ja. Oh ja, weil was ganz konkret ist bei mir um die Ecke, was ich mir ganz dringend wünsche, in Lepter, die Malterstraße, autofrei, da gibt es tatsächlich schon eine schöne Vorlage von StadtentwicklerInnen. Wir müssen das dann bloß auch so beschließen. Das wäre perfekt für mich. Und wir haben auch bei uns im Programm gefordert, die innere Altstadt und die innere Neustadt komplett autofrei zu machen. Okay, vielen lieben Dank. Die junge Dame hat sich zuerst gemeldet, dann habe ich hinten das gesehen und dann gab es hier vorne irgendwas. Genau dort. Ja, hallo, Maxi Platt. Wir versuchen es kurz. Ich möchte nochmal gerne auf das Thema, vielleicht was an Verkehr, aber auch Wohnen anschließend eingehen, zum Thema Bauen. Und zwar habe ich jetzt wieder gelesen, dass das ja auch einen sehr erheblichen Anteil hat an CO2-Emissionen etc., bis zu 40 Prozent wohl, roundabout. Deswegen nochmal die Frage, wir haben ja einen großen Zielkonflikt offensichtlich, viele Ansiedlungen in Dresden, wir müssen Bauen, Wohnungen schaffen. Auf der anderen Seite, ja, ein großes Nachhaltigkeitsthema, wie hier vielleicht die Lösungsansätze sind. Nur eine ganz kleine Ergänzung, den meisten Einfluss haben wir auf die Gebäude, die die Stadt selber richtet. Deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir Wohnraum eben wieder rekommunalisieren. Und bei der Verwaltung, wir hatten es ja schon besprochen, das hattest du gesagt, ist jetzt eine Photovoltaikanlage wichtiger auf dem Tag, als dass der Denkmalschutz eingehalten wird. Wir müssen halt auch ganz dringend gucken, dass die Verwaltungsgebäude eben auch klimaneutral werden, da wo die Stadt auch wirklich Einfluss hat. Ja, ich habe ganz am Anfang eine Frage bei mir aufgeploppt, als wir von Vertrauen gehört haben. Das, was ich immer mehr spüre, ist einfach, dass das Vertrauen durch nicht vollzogene Klimamaßnahmen mehr verloren geht, als durch nicht eingehaltene Ziele. Und da wollte ich mal fragen, wie schätzen Sie denn das auf dem Podium ein? Ist das Vertrauen durch nicht eingehaltene Klimamaßnahmen, das mehr sinkt oder durch verfehlte Ziele? Wer will das? Also ich würde sagen, das Vertrauen geht eher durch nicht hohe Ziele stecken verloren. Also so diese Aufgebenmentalität, wir schaffen das ja nicht, wir schaffen jenes nicht. Also so empfinde ich es. Ich bin ja auch noch ein Mensch. Also das ist meine Wahrnehmung. Genau, es scheint etwas Präsentables zu geben. Und ich muss direkt nochmal fragen, wie dramatisch ist es, wenn wir fünf bis zehn Minuten überziehen, insbesondere an die Technik? Ein Problem höre ich. Okay, alles klar. Ihr hättet ja sein können, ich wollte es nur nicht entscheiden, ohne euch wenigstens gefragt zu haben. Oder auch alle auf dem Podium, falls jemand ganz dringend auf Toilette muss oder sowas. Gut, dann machen wir das so. Also ich möchte als erstes allen Beteiligten ein großes Lob aussprechen. Wir haben 42 Aussagen geprüft. Da war keine Falschaussage dabei. Einen Applaus dafür, das finde ich, das ist wert. Tatsächlich vier Sachen, auf die wir nochmal näher eingehen wollten. Das nächste ist, Stephanie Henke von den Piraten hat gesagt, dass das Wahlprogramm der Piraten bis 2030 die Erreichung der Klimaneutralität vorsieht. Das stimmt auch an sich. Also wir haben nur nochmal spezifischer die Wort, wie es im Parteiprogramm steht. Also die Piraten fordern, dass bis 2030 kommunale Einrichtungen klimaneutral werden sollen und bis 2035 eine CO2-neutrale Stadt, Dresden eine CO2-neutrale Stadt sein soll. Das war zumindest das, was ich sagen wollte, falls da ein falscher Zungenschlag drin war. Sorry, ja, könnt ihr nachhören und nachlesen bei uns nochmal. Genau, es war keine falsche Aussage, wir wollten es nur nochmal deutlicher vorbringen. Und falls ihr mich sucht, ich werde mit PH geschrieben. Auch noch eine Aussage war, die Pflicht zum Bau von Photovoltaikanlagen verteuert bauen und damit auch wohnen. Das ist natürlich eine umstrittene Aussage. Natürlich verteuert das erst mal das Bauen, aber dadurch wird natürlich auch Strom erzielt. Das war ich nicht. Also das war ich nicht, da stehe ich so auch nicht hinter. Genau. Erkennst du dich wieder in der Aussage? Nur, dass wir da auch nochmal kurz checken, ob das von dir kam? Nee, also echt nicht. Ja, also du darfst gerne. Also ich bin vorhin darauf eingegangen, dass wir natürlich, wenn wir eine Pflicht haben für zusätzliche Auflagen, das in dem Moment für höhere Kosten sorgt. Wie gesagt, wir sind bereits über die Zeit und ich wollte euch trotzdem allen nochmal die Möglichkeit geben für ein mini kurzes Abschlussstatement. Vielleicht schafft ihr es in einer halben Minute. Wir waren ja bei den SDGs, welches ich nicht genannt habe. Das ist natürlich mein Lieblings-SDG und auch das Lieblings-SDG, also das Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen von der lokalen Agenda. Und zwar Kooperationen und Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das ist ja das, was wir machen. Wir wollen bündeln in der Stadt und am besten geht es eigentlich, wenn wir zusammenarbeiten. Und ich fand tatsächlich ganz schön auch in der Diskussion, dass ich ganz viel, ich habe konträre Meinungen gehört, aber auch ganz viel Verbindendes gehört. Und ich würde mich richtig freuen, wenn ich das auch im nächsten Stadtrat so wahrnehmen kann. Als Abschlussstatement habt ihr nur in jeweils 30 Sekunden Zeit für folgende Frage. Was werdet ihr als Stadtrat dafür tun, um mehr Kooperation und Zusammenarbeit in den Stadtrat zu bringen? Ich möchte mich sowohl Anna anschließen, dass wir mehr miteinander reden müssen, auch eben über Sachpolitik, als auch Stefan, dass wir mehr die Zivilgesellschaft einbringen müssen. Und weil es auch das Abschlussstatement ist, wir stehen gerade mitten in der Klimakatastrophe. Ganz wichtig, gebt nicht auf, wenn euch jetzt hier irgendwas angesprochen hat, guckt, ob ihr euch in Parteien engagieren wollt, ob ihr euch in NGOs engagieren wollt. Es ist einfach ganz wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten, um das Ganze irgendwie noch zu retten. Dankeschön. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch. Ich hätte gerne mehr Fragen drangenommen, aber das war einfach nicht möglich. Es gab so viel auszutauschen. Ich habe wahrscheinlich auch viel geredet. Aber ich möchte euch auf jeden Fall auch nochmal ermutigen, auf jeden Fall entweder Briefwahl zu beantragen und jetzt so schnell wie möglich zu wählen oder am 9. Juni an die Wahlurnen zu gehen. Also die Zusammensetzung des Stadtrates wird tatsächlich ganz entscheidend sein. Und es gibt halt auch innerhalb der Partei unglaublich Menschen, das haben wir auch hier gesehen, mit unterschiedlichen Positionen, die auch teilweise abweichen von der allgemeinen Position der Partei. Also nochmal mit Themenspezifika, also da auch wirklich nochmal auf die Namen zu achten, wen man ankreuzt und vielleicht nicht immer nur Listenplatz 1 anzukreuzen. Und dann hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe zu sagen, was ich eigentlich hätte sagen sollen. Vielleicht nochmal danke für die Förderung von der Ostsächsischen Sparkasse und dem BUND Sachsen, dass das nicht alles ehrenamtlich passieren musste. Danke an alle Organisatorinnen und Organisatoren. Wir haben seit Februar dran gesessen. Es war ein ganz schöner Kraftakt. Und wie gesagt, nicht vergessen, oben in der Ecke war es die ganze Zeit eingeblendet. Und ach ja, hier der fette QR-Code, den hatte ich auch nochmal draufgepackt. Wahlkompass Dresden verbreitet das auf jeden Fall. Es wird auch die Aufnahme online geben, verbreitet die auch. Wir werden auch nochmal einzelne Aussagen von euch, das habe ich vorhin nicht verraten, rausziehen. Und die wird man danach auch online finden. Und gerade vielleicht die griffigen Sachen wird man dann auch nochmal finden. Und dann würde ich sagen, kann ich euch alle in den sehr schönen sommerlichen Maiabend entlassen. Und ja, danke fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit und danke euch.